Ich bin eher so der Kaffee-Typ. Das ist ja mir darum nicht so gut. Hallo Papa! Kaffee mit Schutz ist auch gut. Nein, ich meine ein Kaffee. Tata, tata hier, tata da. Der Laden-Kaffee, nicht? Der Laden? Ja, ein Laden. Ich hoffe, es geht euch gut, tata. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Tata? Ja. Also, okay. Tata-Kreis. Tata-Kreis. Ja, so dachte ich auch gerade so. Tata? Ja. Tatü-Tata-Tata. Tatü-Tata, die Feuerwehr ist da. So in etwa. Bra. Gott, brah mich. Mich auch nicht, tata. Ich bin heute schon wieder ein bisschen, ich bin heute schon wieder ein bisschen geladen. Ein bisschen? Ein bisschen geladen? Ach, wegen der Arbeit gehört er jetzt nicht her. Nee, nee, wirklich nicht. Jetzt will ich jetzt, jetzt will ich es erst recht wissen. Komm, gib uns diesen juicy, juicy Gericht. Aber für ein alt passend zum Weingut, das findest du echt nur noch in Frankreich auf dem Land. Oder in, 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 äh, sag mal schnell, wie heißt das andere Land? Österreich. Da gab, da gibt es doch noch. Oh, Frankreich. V ist never, was? Ist zwar selten in Österreich, aber es gibt's. Man ist dran vorbeigefahren. Ja, wieso Hessen oder Rheinhessen, das ist doch auch ein großes... Oh, Schnitzel runtergefallen. Das weiß ich nicht, da war ich, glaub ich, noch nicht. Wie, wie lange falle ich denn, bitteschön? Solange es nicht nötig ist. Huch, ach da ist das. Es gibt einen ganzen, ähm, Song über jemanden, der aus dem Flugzeug fällt und, äh, die ganzen drei Minuten des Songs sind, was er beschreibt, ähm, während er fällt. Zum Beispiel, er, er wird einfach während des Fallens angerufen und führt ne, führt ein Gespräch über das Fallen. Wusstest du, brennst? Hm. Oh ja. Oh ja. Wie heißt du? Das kommt von der Currywurst. Oh, da ist eine... Das liegt daran, dass ich so heiß auf Golf bin. Nein. Okay, das ist keine Abkürzung. Ja, nein. Also schon. Hui, okay, ist keine... Ich bin für vier Tage am Wochenende und drei Tage Arbeit. Also nicht in den Tunnel. Doch, mit Glück kommt man rein, aber da braucht man, glaub ich, viel Glück. Ah. Ja, man braucht, man darf nicht zu, äh, hart machen, weil man sonst, äh... Sagt das nicht meinem Schiff. Und ich glaube fast, dass solche... Das wird ein bisschen schwerter, doch. Hui, geschafft. Yes, I did it. Aber ich versuche es. Vielleicht achtet er ja nicht drauf. Was los? Nichts, nichts. Nein, nein, frisches meinte ich jetzt eigentlich. Achso. Nicht viel bei dir. Nein. Oh, nicht viel. In zwei Wochen habe ich meine einzige Prüfung für dieses Semester. Der Daddl daddelt. Ich gucke euch noch zu und höre euch. Ach, schaffst du, schaffst du bestimmt. Ja. Kann aber niemand immer gleich schreiben. Ich meine, in letzter Weise ist es... Ja, du auch, Daddl. Was zockst du denn eigentlich? Informatik 2 und Informatik 1 habe ich geschafft, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass ich total ablosen werde. Also, ja, schaffe ich. Braucht man diese Leute echt noch? Nein. Ein Kumpel von mir, der hat damals Informationshilfstechnischer Assistent oder so, der hat er gemacht. Mhm. Hier bei uns an der Berufsschule. Also, ja, ich weiß gar nicht, was der heute macht, weil ich keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Aber... Okay, das wird witzig. Genau das versuche ich. Vier Tage Wochenende? Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, man kann runterspringen, Leute. Man kann runterspringen. Da ist so eine Art, ähm... Unter uns ist ein Reifen. Hole in one. Wenn man nicht daneben fällt. Ja, wenn man nicht daneben fällt. Und nicht immer weiter fallen würde. Ah! I believe Digi can fly. I believe Digi can touch the sky. Das geht wieder daneben. Scheiß die Wand an. Nee, danke. Er ist ja braun. Braun. Komm schon, Digi. You can do it. Das geht wieder daneben. Nee, ich gehe jetzt den normalen Weg. Das deutsche ist 100 Schläge, aber... Das geht wieder daneben. Ja. 100 Schläge später. Nein, nein, bleibst du mal rein! Und das könnte klappen, Digi. Oder? Nee, der geht daneben. Ja. Ah ja, übrigens 100 Schläge später. Und du tust immer noch nicht, was ich dir sage. Ah, ich muss nur bei Worshops eigentlich... Ah, aber guck mal, Frau LPR hat es auch in 10, ne? In Längeserzieher und jetzt bin ich gerade mit der Fans schon unterwegs. In 10. Nice. Also, nicht nice, aber... Nice, der Scheiß. Dann tief Wasser bei Dattel. Okay. Nächstes Loch. Oh, Zero. Alter, Platz 1. Ja, noch. Noch. Oh, man muss scheinbar... Oh, wo komme ich denn hier hin? Toll. Oh, Abkürzung. In der Mitte der Rampe? Ja, da ist eine Pipe. Genau, müsste er aber nicht machen. Ich will ja früher so ein Schrein hören. Wie jetzt? Er schreit doch gar nicht. Ja, ich habe ihn oben schreien gehört. Er hat sich gemutet. Er hat sich gemutet und geht. Ich habe mich nicht gemutet. Mein Mikro macht das automatisch. Achso, ich dachte, wir sind immer noch gemutet. Achso, bei höheren Frequenzen. Mhm. Ich dachte, wir sind immer noch gemutet. Höheren Frequenzen, yo. 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 Wieso sage ich yo? Bro, was geht? Bro, Digga, alter. Ich schöre auf meine Mutter. I. Wieso ist das jetzt I? Bro. Hm? Bro. Bro. Wieso sage ich? Ich meine, jedes zweite Wort ist einfach mal Bro bei mir heute. Darin darf ich was fragen? Nein. Was ist der persönlich und peinlich ist? Es ist das Ganze. Darf ich was fragen? Ich sage nein. Und was macht der? Er fragt. Ja, natürlich. Das hätte doch klar sein müssen. Ein Verlobter hat es erlaubt. Eben. Der kann es gar nicht erlauben. Warum bist du heute so schlecht? Äh, ich meine so etwas indisponiert. Das hätte ich vielleicht nicht fragen sollen. Das hätte ich vielleicht nicht fragen sollen, mein Freund. Warte mal. Ja, ich habe schon eine Menge Fehler in meinem Leben gemacht, von daher. Ey, danke. Ja. War das gut oder schlecht? Es war sehr gut. Das freut mich. Und das ist aber doof. Ui. Ja, da habe ich dich auch hingelegt. Eingelocht. Komm runter, das Loch ist schön warm. Und warum hast du einen Kackhaufen auf dem Kopf? Danke. Weil ich das möchte. Weil sie, weil das niedlich aussehen soll, vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Außerdem stellst du mir die Frage jedes Mal. Wer hat dir denn in den Züllen geschissen? Warte, aber so. Kann ja gar nicht jedes Mal sein. Du hast ihn ja nicht jedes Mal auf. Ich hatte ihn die letzten zwei Male. Ah, come on. Ja. Gottfrig, denke ich. Ich habe den Ball nur farblich geändert. Das gab letztes Mal, glaube ich. Eine Nuance rosa. Okay. Also ich habe mir jetzt den Stahlhelm aufgesetzt und mich in Tarnfarben grün gekleidet. Denn das hier ist ein Krieg, den wir hier führen. Ich gegen euch alle. Also bist du in Kamouflage. Genau. Ihr seht mich nicht. Er ist im Arsch. Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht. Das hatte ich für ein Gerücht. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Wenn ich das nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Der Curry brennt. Es ist so ungefähr. Herr Dr. Frisch ist mir gefällt deine Axt im Kopf. Seitdem bin ich wieder einigermaßen normal, seit ihr drin steckt. Ah, Lobotomie oder was? Hm. Eiei. Ey, ich habe hier ein Wasser. Das ist so lecker. Apropos Wasser. Wir müssen durch welches. Seid ihr gerade alle rüber geflogen? Nein. Wer fliegt denn rüber? Wer macht denn sowas? Ja, das war ich. Oh, come on. Ey, verpiele dich da mal. Ja, Moment. Boah. Sag mal ein bisschen höflicher, ey. Nö. Digga, Alter. Echt mal, Digga, Alter. Was ist denn mit dir? Nein. Das kann doch nicht wahr, Stein. War es zu ich oder Aydaria? Nein, nein, nein. War es zu ich oder Aydaria? Äh. Du sagst nicht, was ist denn mit dir? Der, der sich angesprochen fühlt. Nein, ich meine da. Nein, eigentlich Aydaria. Du meintest Aydaria, okay, gut. Nein, nein. Aydaria ist schuld, mal wieder. Ich bin eher daim schuld. Hä? Nein, nein, nein. Ich meine, Liste der Dinge an, die Aydaria schuld ist. Ähm, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Die Huntersnode. Das hast du jetzt gesagt. Huntersnode stören Namis. Was? Messerstriche rein, daran bin ich überschuld. Genau. Nein, nein, nein. Aydaria ist nicht so, Leute, liebe Zuschauer, Aydaria ist nicht so nett, wie sie vorgibt zu sein. Nein, ja. Yes, yes. Nein. Warum das? Wo muss denn eins rüberkommen? Ernsthaft? Okay. Hier ist so ein Ring. Da kommt man doch nicht hoch. Und indem man... Ach, du schieße. Oh yeah. Die hab ich auf dem Kopf. Wie soll man das denn machen? Ich falle. Mit einer Menge Fantasie. Und jetzt müsst ihr durch das Ring da springen. Das Maus. Duft den Ring als Feuer. Das Maus, Digga. Das Maus. Du bist die Maus. Da ist da ein Maushut an. Ach ja, schön. Also wenn man den Bauchstumpf treffen müsste, hätte ich ihn getroffen. Muss man aber nicht. Schade. Passt. Du, 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 du. Jetzt bin ich fertig. Man, das sind ganz schön viele Herzen, die du hinter dir her ziehst. Echt? Bei mir sind sie schon gar nicht mehr da. Ja. Leck. Mir ist alles so grau und grau. Da hätte ich gleich im Bitterfeld bleiben können. In Bitterfeld? Wohli, du bist schon im Bitterfeld. Im Osten. Und ist es da sehr bitter? Ja. Und da gibt es ein Feld. Ah. Überraschung. Am liebsten. Okay. Letziger. Hui. Das ist schon so eine Treppen-Map, sag ich jetzt mal. Das ist doch eine, das ist doch Speise. Wohin muss ich jetzt, bitteschön? Das weiß niemand. Es ist, nun bleibt ein Rätsel, würde ich sagen. Und ich... Das einzige Schlecht in der Map, was ich bisher gesehen habe, ist, dass man ewig lange fällt. Man hätte einfach nur rückwärts gehen müssen. Ja. Ja, oder man geht den normalen Weg. So, Fenster auf, PC raus. Scheiße. Auch nicht den am PC. Einfach das Spiel reinstallier, Kai. Das hilft auch. Ja, das... Gwendoline kann da nichts für, da hast du natürlich recht. Ah, komm schon. Nee, verdammt, Spielweise kann keiner was für. Außer du selber. Das habe ich jetzt mal ganz gewohnt, du hast. Sio, was musst du da, wenn ich mal frage? Ich versuche, der Runterdruck kommt. Was sieht das aus? Ja, eben genau danach nicht. Das ist ein Ruf. Sio, was musst du da, wenn ich mal frage? Sio, was musst du da, wenn ich mal frage? Sio, was musst du da, wenn ich mal frage? Bist du da, wenn ich mal frage? Oh, komm schon. Okay, jetzt ist es leider vorbei. Alles wartet auf Sio, wie immer. Nee, die letzten Male, wo noch nicht gewartet, nur mal so zur Info. Was? Das liegt daran, dass ich nicht da... Wieso? Die Verbindung ist so schlecht, ich höre dich so schlecht. Was? Oh, meine Augen sind wieder so schlecht. Wo ist meine Brille? Ich höre dich nicht. Ja, eben. Ich muss nur den Fernsehlaut machen, dann sehe ich besser. Ja, ne? Oh, Sio. Oh. Das war knapp. Guck mal. Jawohl. Nein! Ist das Pech? Ist das Pech? Ja. Die Kondensstreifen gefallen mir, die du da hast. Die Kondensstreifen? Ja, der zieht doch Kondensstreifen hinter sich her. Das wollte Chaos sein, aber... Ach so sieht Chaos aus, okay. Ja, so sieht Chaos aus. Chaos, Chaos. Chaos, Chaos Emerald. Ja, genau. Hold in one. Hold in one. Yes. Ja. Puh. Naja, wir sind jetzt frei. Hold in two. Puh. So hast du doch auch gemacht. Ey, ja, ja, ja. Ja, nein, darum ging's nicht. Ach so. Worum ging's denn? Dass du mich angemacht hast, dass wir uns angebummst haben. Ach so, sorry. Und mir eigentlich nicht. Ihm, deine Mutter? Was? Mutter? Heute in der Schnitzel? Oh ja, auf Schnitzel hätte ich jetzt auch Lust. Nein! Doch. Ich glaube, dass du heute schon zu Beginn die Öhrchen auf hast. Das habe ich hier auch gefragt. Weil Daddl die Punkte eingelöst hat. Ah, okay. Also gleich zu Beginn. Zum Anfang. Wie mit dem Aussehen. Deswegen habe ich direkt zum Anfang die Öhrchen auf. Ich war erst im Überlegen, ob ich die Öhrchen mit den Glöckchen mal aufsetze, aber ich habe mich dann doch für die Öhrchen entschieden. Für die Standardöhrchen. Für die Standardöhrchen. Ohne irgendwas. Genau. Die Samtöhrchen für die Samtpfote. Ja. Leider sind's doch keine richtigen Samtöhrchen. Die kommen erst doch. Oh, wir haben ja alle fünf. Was haben wir? Heißt das, ich führe gewöhnlich sechs und sechs? Oh, wir müssen da hoch. Oder auch nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Das andere wäre wahrscheinlich einfach nur eine Abkürzung gewesen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ist es auch, weil... Oh, okay, da kommt man nicht rüber. Böse Idee. Wie soll das denn gehen? IAN! Wie soll was gehen? Ich habe gerade IAN verstanden. Ich habe gerade IAN verstanden. Ich habe gerade rumherum lagen. IAN! 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 Was hast du schon wieder gemacht, IAN? IAN! Warum falle ich eigentlich? Hier ist IAN. Damit du wieder aufstehen kannst. Okay. Schlechte Batman-Anspielung. Oh, ich will auch nicht aufstehen. Hallo! Wieso schlecht? So schlecht war die jetzt auch nicht. Ja, aber komm. Oh, Digikon! Digikon! Das war eine schlechte Anstellung. Digikon. Habe ich auch noch nicht gehört. Ach, scheiße. Digikon, das hört sich an wie eine Conference für Digimon-Fans. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ja, ja, ja. Ja, genau. So, ich gewinn das noch. Ich gewinn das noch. Nein, 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 ja, 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 ja. Oh, du gibst den Ordner da! Was? Schnapp den Ordner? Hui! Welcher Ordner denn? Und wen? Wie soll ich ihn schnappen? Was hat der Ordner verbrochen? der einzige gefallen ist ja es geschafft nein ja ist glaube ich festgegangen ja ich kann noch nicht weg ja du kommst dich von den drogen los ja sozusagen geradeaus nicht springen ja das hast du so einfach deswegen sagen wir das ja auch brav hier kriegst leckerli ich bin wieder das letzte stück scheiße hier so nun auch fünf löcher wenn wir fertig sind und du solltest dich vielleicht eher in position bringen mein freund ne das schaffe ich noch okay liebe zuschauer holt euch schon mal pop ihr könnt diese zeit jetzt nutzen euch popcorn zu holen weil das wird auch ein bisschen dauern bis da drüben ist der kommt der kommt das wird ja 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 das wie bei den schnecken rennen hier aber mir wird schlecht bei der geschwindigkeit das war wie damals die erste bahn die zwischen nürnberg und wo war das gefahren ist mit ganzen 12 kmh keine ahnung wo die leute gesagt haben man kriegt davon gehören frost oder so war da kurz die erste bahn in deutschland allgemein die erste waren in deutschland zwischen nürnberg und weiß ich nicht mehr so alle so nicht so schnell nicht so schnell nicht so schnell frisch ist das war doch gestern erst in jeopardy moment was meinst du mit adler ein jeopardy eine serie die ich nicht ne die adler sind ja in der luft eine show die ich nicht gesehen habe keine ahnung ich kenne mich da nicht so mit aus warte kurz ist da hinten glaube da hinten war was ich hatte recht so smart genau zwischen den mauerndingern da ist ja ja ich weiß das habe ich schon direkt in der entstehung gesehen dass auch mal den jungen roter dachs im kopf man im gegensatz zu dir und er brennt auch noch junge ja und er brennt das boy is on fire dude okay nur noch vier vier nice briefkasten wie kann man so viel pech haben keine ahnung ich schlagen uns auf jeden fall ich habe das nur gesehen ich meine zeuge haben haben das kennzeichen des balles aufgeschrieben so ungefähr wie kann man eigentlich so beschissen sein wie ich eh jetzt übertreibst du bist meistens der typ der den ersten platz holt oder habe ich was verpasst du der und du hattest in den letzten drei wochen in diesem fall wirst du das wohl heute sein also jetzt zumindest gleich schätze ich mal vielleicht wir haben noch drei runden vor uns da kann einiges passieren geschafft ich werde ich ich habe es noch nicht nur von kommt vor den fall und so weiter ich dachte gar nicht Helmut kommt vor den fall hochmut Helmut gib mal einen aus kann ich doch nicht ich stell mir gerade einfach einen typen vor der heißt Helmut und er kommt immer bevor jemand fällt was ist das denn für eine kacke du hast mich also dadurch dass du mich weggekickt hast und die plattform hoch ging habe ich noch in one gemacht weil wenn die plattform hoch geht ist auf der anderen seite ein loch der war richtig Cornflakes mäßig Nanananananananananana Cornflakes! Oder Cornflakes Cornflakes Oh, ich bin auch Ja, okay, da war ich zu Da war ich zu übereifrig Hab mich direkt rauskatapultiert Ich düdel Ich auch Und da muss er auch da rüber Das ist doch Was hab ich denn jetzt aktiviert? Scheiße ich falle gerne wie ich diesen freien da ist eine abkürzung ich krieg sie nicht schnitzel haben wir mal kurz jemand helfen ja ich habe eine tasse gedrückt kann mich jetzt hier frei durch die map bewegen der freeview oder so ich weiß ja welche das ist ist nicht erlaubt dankeschön dankeschön ich bin ja ich bin ja ich bin der vogelperspektive ich werde verrückt ich höre jetzt auf schnitzel einen augenblick nein das gibt es doch nicht macht spaß nein wie bist du schon fertig ja ich habe die abkürzung genommen welche abkürzung die am rad war sie ist ins rad rein ich habe es versucht und habe keinen bock mehr gehabt so hier we go again und fallen das loch hatte ich an der nase herum geführt wenn du dich umdrehst ich weiß ich weiß dass ein loch ist aber ich weiß nicht genau wie ich den moment er passen kann ich hab's nicht hingekriegt entweder ist es zu schnell dazu zu schwach ist es zu stark oder sowas in der weise okay das war ich naja was soll's ich fand es lustig du findest doch alles lustig hallo Luna moin Moin ah jetzt ab nein naja egal wolltest du gerade sagen jetzt hast du es hmhm ich glaube nicht hmhm ich hoffe es geht dir gut Luna naja was soll's ich versuche nochmal reinzukommen vielleicht schaffe ich das hast ja auch nur 3 Sekunden ja mhm naja ich verliere sowieso also ja ja jetzt durch äh Zeit und kein Schlag mehr. Wieso rolle ich immer noch weiter? Dude, stopp. Oder so. Ja. Mal sehen, wie die letzte Map sich... Okay, das ist, glaube ich, einfach. Yep. More or less. Thanks for playing. Wohin wissen alle? Oder wird sich das jetzt auf... Ah, okay, okay. Das ist jetzt der Abspann quasi. Der Abspann-Allevator. Special thanks to Timo. Äh, das ist aber verletzt. Sonst aber alles vor allem, das ist eine Sache, die sich hier regelt. Das hoffe ich. So, gleich sind wir da. Dann hoffe ich für dich, dass es bald wieder besser wird. Und ich habe gewonnen. Go me, I did it. Erster Platz. Und ich habe die südafrikanische Flagge gewonnen. Ich habe Kirschblüten. Ich habe eine Rundschaft. Sakuras. Ja, Sakuras. Sakurablüten. Kirschblüten. Okay, die heißen Sakurablöten noch? Jo. Die Blöten. Die Blöten. Das sind blöde Blöten. Das wird auch gar nicht so schlecht. Die Blöten. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.